Ich warte schon länger. Ich bin untröstlich, Chefin. Seit wann hat Ihr Job was mit Trost zu tun? Sie können es als eine regelrechte Weltrevolution bezeichnen, die am helllichten Tag stattfindet, angezettelt von völlig normalen Durchschnittsmenschen. Wer führt Sie an? Die Leute sprechen von einem Vater, einem Sohn und einem Bruder. Es gibt auch noch eine Frau. Sie nennen sie Mutter. Sie stellt die Verbindung dar zwischen Führung und Basis. Sie erscheint unangekündigt und nur wenigen Auserwählten. Sie überbringt ihre Botschaft und ist wieder weg. Und diese unbedeutend wirkenden Personen sorgen dann dafür, dass die Nachricht sich verbreitet. Wo haben Sie Ihr Hauptquartier? Sie operieren überall, auf allen fünf Kontinenten. Worum es hier geht, ist der Gedanke, dass hinter unserer Existenz ein Schöpfer steht. Dass wir weder aus dem Nichts kommen, noch ins Nichts gehen. Sie glauben an ein Leben nach dem Tod. Wenn das wahr wäre, die Folgen wären unfassbar. Schleusen Sie sich bei denen ein und versuchen Sie, Ihr Vertrauen zu gewinnen. Befragen Sie die, die sagen, Sie hätten schon mit der Mutter gesprochen. Suchen und finden Sie die Frau. Und dann gehen Sie weiter. Bis ganz nach oben. Willkommen Sie mit den einem tandem Ber disposieren? Musik 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 Vielen Dank.